Hallo, mein Name ist René und in diesem Video zeige ich euch alle Neuerungen, die mit dem vierten kostenlosen Update in Lumina AI gekommen sind. Und das sind einige, denn neben der komplett neuen Funktion im Portrait-Bereich, nämlich dem Bokeh AI, gibt es auch eine neue Funktion in dem Werkzeug Himmel AI und im Bereich der lokalen Masken, und zwar der Textur. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal genau an. So, und wenn ihr das Update durchführen wollt, dann ist das auf dem Mac ganz einfach. Dann schaut ihr einfach hier oben unter dem Menüpunkt Lumina AI nach Updates suchen, und dann könnt ihr das Ganze einfach mit einem Doppelklick nach Download entpacken und installieren. Danach sollte, wenn ihr wieder auf Lumina AI geht und über Lumina AI euch die Versionsnummer anzeigen, lasst, dann sollte hier stehen, Version 1.4.0. Daran erkennt man im Übrigen auch, dass das ein etwas größeres Update ist, sonst hätte sich die Versionsnummer nur hier im letzten Punkt verändert. Ja, für Windows funktioniert das folgendermaßen, auch einfach auf dem Menüpunkt Lumina AI, dann auf Hilfe und nach Updates suchen klicken und dann könnt ihr das ganz einfach downloaden und eben auch installieren. Ja, das größte neue Feature ist das neue Werkzeug im Portrait-Bereich. Ich öffne mir hier auch mal ein Portrait-Foto und gehe direkt in den Bereich Bearbeiten. Und da sehen wir Ihnen schon das Werkzeug Portrait mit Bokeh AI. Ich öffne mir das mal und dann sieht man, hier hat man diverse Möglichkeiten, so ein Bokeh im Foto zu verstärken oder überhaupt nur zu erzeugen. Trotzdem würde ich euch immer empfehlen, erst mal die anderen intelligenten Tools anzuwenden, wie zum Beispiel Enhanced AI. Ja, auch das macht hier wieder in dem Bild viele tolle Sachen. Ich wende das hier mal so mit 65 an und auch die Himmelbildverstärkung werde ich hier ganz leicht anmachen. Und dann wechsle ich gleich in das neue Tool Portrait mit Bokeh. Und wenn ich mir jetzt hier den Mengenregler anmache, also die Stärke, dann sieht man auch sofort, wie sich das Bild im Hintergrund verändert. Also ein Unschärfe-Bokeh erstellt wird. Wenn ich jetzt mit der Maus einmal ins Bild gehe, dann bekomme ich auch sofort meine Maske angezeigt. Und man sieht hier direkt auf den ersten Blick, dass die Maske auch wirklich sehr, sehr gut erstellt wird. Falls das nicht der Fall ist, da komme ich gleich noch drauf auf die Pinselsteuerung. Also mit dem Einsteller Menge kann ich die Stärke der Unschärfe einstellen. Das würde ich hier mal so mit circa 30 zur Anwendung bringen. Dann bekomme ich einen schönen erhöhten Kontrast zwischen meinem Hauptmotiv und dem Hintergrund und dadurch natürlich eine deutlich höhere 3D-Wirkung und Tiefe im Bild. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Bereich Pinselsteuerung. Damit kann ich jetzt noch Bildbereiche in den Fokus nehmen. Ich kann ihn in die Unschärfe versetzen oder ich kann etwas restaurieren. Wenn ich jetzt der Meinung bin, dass der Fokus nicht ganz stimmt, dann kann ich das hier mit dem Reiter Fokus korrigieren. Ich setze allerdings mal die Opazität etwas weiter runter. Weichheit und Radius lasse ich mal so. Wenn ich der Meinung bin, dass hier noch etwas mehr Schärfe von Nöten wäre, dann kann ich das jetzt hier mit ganz einfach machen. Ich mache es mal zur Verdeutlichung auch hier hinten an diesem Haus und dann sollte man da einen deutlichen Unterschied erkennen. Ja, genauso natürlich der umgekehrte Fall. Wenn ich etwas stärker in den Unschärfebereich setzen möchte, dann kann ich das hier mit auch tun. Jetzt diese Bereiche werden schon in die Unschärfe gesetzt. Die kann ich jetzt hier mit auch wieder in diesen Unschärfebereich reinmalen. Sollte ich jetzt entweder Fehler in der Maske haben oder aus Versehen hier reingemalt haben und somit Teile meines Porträts in die Unschärfe gesetzt haben, dann habe ich jetzt ganz einfach die Möglichkeit mit dem Button Restaurieren ganz grob hier wieder rüber zu malen. Das mache ich mal mit voller Opazität. Und die intelligente Maske wird hier wieder so reingemalt, wie sie ursprünglich mal war. Das finde ich sehr, sehr gut. Zumal die künstliche Intelligenz bei dem Werkzeug, ich habe das jetzt schon auf verschiedenen Porträts ausprobiert, wirklich sehr gute Arbeit leistet und das Ganze in fast allen Situationen perfekt maskiert hat. Die künstliche Intelligenz erkennt dabei im Übrigen sowohl reine Kopfporträts bis hin zu ganzer Person, erkennt auch Gruppen und soll auch Personen in ungewöhnlichen Positionen erkennen. Aber sollte das eben mal nicht so hundertprozentig funktionieren, habe ich die Möglichkeit mit der Pinselsteuerung die intelligente Maske zu korrigieren oder auch das Bokeh fein zu justieren. Und hier unten in dem Bereich Hintergrund dieses Werkzeugs kann ich jetzt den Hintergrund getrennt von meinem Hauptmotiv, was ja hier maskiert wird, bearbeiten. Das heißt, zum einen kann ich es dunkler oder heller einregeln. In diesem Fall würde ich es sogar ganz leicht dunkler machen. Ich könnte Glanzlichter verstärken. Ich kann die Farbtemperatur des Hintergrundes nochmal ändern. Ich kann den Hintergrund deutlich kälter einstellen oder auch wärmer. In diesem Fall würde ich den Hintergrund sogar etwas kälter einregeln. Und ich habe eine Tiefenkorrektur. Und das ist wirklich toll, denn dieses Werkzeug mit seiner künstlichen Intelligenz erstellt auch ein 3D-Mapping. Das heißt, eine Tiefenkarte. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit der Tiefenkorrektur die Unschärfe näher ranzuholen oder aber weiter wegzuschieben. Und das finde ich wirklich phänomenal und auch bisher, glaube ich, einmalig, dass das wirklich so genial klappt. Wir werden uns gleich noch andere Bilder anschauen, wo das auch deutlicher zum Tragen kommt. Ja, und dann habe ich hier zu guter Letzt noch eine Ränderkorrektur, mit der ich die Ränder meiner Maske versäubern kann. Ich kann sie entweder etwas härter einstellen, falls mir die Maske hier am Übergang zu weich ist, oder aber ich kann sie etwas weicher und ausufernder einstellen. Ich denke, hier sieht man das ganz gut, falls mir die Maske etwas zu hart arbeitet. Hier brauche ich sie gar nicht zu korrigieren und das ist auch in den meisten Fällen nicht nötig. Ja, dann klicke ich einmal aufs Auge und wir schauen uns das Bild einfach vorher und nachher mal an. Und ich finde, man sieht sehr deutlich, wie toll sich die Tiefe im Bild verändert hat und die Dreidimensionalität zugelegt hat. Schauen wir noch mal in ein anderes Bild, und zwar zum Beispiel dieses hier mit dem Jungen, der sich nicht nur schärfemäßig, nicht besonders vom Hintergrund abhebt, sondern auch beleuchtungstechnisch. Und auch hier schauen wir uns das Werkzeug noch mal an. Ich gehe erst mal auf Enhance AI und auch da werde ich jetzt erst mal das Bild ein wenig pushen. Himmelbildverstärkung macht hier keinen Sinn. Dann machen wir gleich mal weiter mit dem Portrait mit Bokeh AI Werkzeug und da werde ich die Menge einmal anschalten. Ja, und jetzt sieht man auch hier wieder ganz, ganz toll, wie das Werkzeug schnell und unkompliziert diese Maske erstellt hat und den Hintergrund in die Unschärfe setzt. So, jetzt wollen wir aber mal die Maske überprüfen. Ja, und jetzt sehen wir hier ganz kleine Fehler in der Maske. Also, zum einen muss ich das hier aus der Maskierung rausnehmen. Das ist jetzt hier in dem Bild tatsächlich nicht schlimm, weil hier das Bild sowieso scharf ist, weil sich das ja in der gleichen Tiefe-Ebene befindet wie mein Hauptmotiv. Aber ich könnte das jetzt eben auch ganz einfach korrigieren. Und hier unten an dem Schnürsenkel, da ist ein ganz kleiner Fehler aufgetreten und das mache ich jetzt einfach mit sehr kleinem Radius und natürlich dem Fokus. Das kann ich im Übrigen auch mit der X-Taste immer ganz schnell umschalten. Ich denke, das sieht man hier zwischen Fokus und Defocus. So, jetzt habe ich hier den Schnürsenkel noch mit rein maskiert. Hier hinten an der Sohle sehe ich auch noch einen ganz, ganz kleinen Fehler. Aber wie gesagt, das kommt hier eigentlich alles gar nicht zum Tragen, weil dieser Bereich hier eh im Schärfebereich auch ist. Hier möchte ich aber ganz gerne nochmal demonstrieren, wie diese Tiefenkorrektur arbeitet und vor allen Dingen, wie schön und weich die Übergänge stattfinden. Wenn ich jetzt die Tiefenkorrektur weiter nach vorne hole, dann passiert das ganz, ganz weich. Und wenn ich sie weiter nach hinten schiebe, auch das passiert ganz, ganz weich. Also dieses 3D-Mapping in die Tiefe, das funktioniert hier wirklich super, super gut. Und hier würde ich sogar die Tiefe einen Hauch weiter nach hinten schieben, vielleicht so mit plus 15. Dann finde ich das sehr natürlich und schön. Und hier könnte man zum Beispiel auch mit einer Vignette dann noch wunderbar arbeiten. Ich erstelle hier einfach mal eine Vignette, auch ruhig eine etwas stärkere so mit minus 60. Die Größe mache ich auch nochmal ein bisschen kleiner. Dann mache ich das Ganze noch ein bisschen runder, in etwa so. Und dann kann ich noch die innere Helligkeit etwas anmachen. Und dann habe ich hier wirklich ein sehr, sehr schönes Porträt mit Tiefenunschärfe, also mit einem wirklich wunderbaren Bokeh und die Hauptperson sehr schön rausgearbeitet. Das Tolle an diesem Bokeh-AI-Tool ist natürlich, dass ich das jetzt mit jeder Optik an meiner Kamera machen kann. Also ich brauche jetzt nicht mehr die teuersten, lichtstarken Objektive für ein schönes Bokeh. Und das ist, finde ich, wichtig, gerade für Fotoamateure mit Objektiven aus dem Consumer-Bereich, die nicht so lichtstark sind. Und das kann man toll jetzt hier mit diesem Werkzeug machen, dass ich diesen Bildern einfach ein sehr schönes Bokeh verleihe, was ich sonst nur mit sehr lichtstarken Objektiven machen könnte. Ja, und dann schauen wir gleich mal weiter, was es noch für Neuerungen gab. Und die haben stattgefunden in dem Werkzeug Himmel-AI. Dazu rufe ich mir hier mal dieses Bild auf und gehe auch hier gleich in den Bearbeiten-Modus über, rufe mir das Werkzeug Himmel-AI auf. So, und wenn ich mir jetzt hier mal einen Himmel auswähle für dieses Bild, ich nehme jetzt einfach mal den, dann sieht man hier, wenn ich den Reiter Himmelsausrichtung aufmache, einen neuen Button, und zwar Position des Horizonts. Ich klicke da mal drauf und gehe ins Bild und dann sieht man, ah, dieses On-Screen-Tool, das kennen wir schon aus anderen Werkzeugen, wie dem Maskieren-Tool oder anderen. Und das funktioniert wirklich toll. Ich kann hiermit meinen Horizont ganz einfach positionieren im Bild. Ich kann hiermit meine Verblendung einstellen. Da bitte drauf achten, die Verblendung findet nur zwischen dieser Horizontlinie und der oberen Linie statt. Die untere Linie hat überhaupt nichts zu sagen. So, und jetzt kann ich aber hiermit auch gleichzeitig meine Spiegelung exakt einstellen. Das wäre jetzt so der Fall. Ich könnte aber auch, wenn ich mit der Maus aus diesem Bereich rausgehe, meinen Horizont drehen. Ja, also das ist jetzt alles in diesem einen On-Screen-Tool beinhaltet. Das waren vorher drei Regler. Position des Horizonts einstellen, Verblendung und Drehen des Horizonts. Das habe ich jetzt alles hier in diesem einen Tool vereint. Wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich Position des Horizonts einfach wieder ausstellen. Und alles andere bleibt wie gehabt. Ich kann den Himmel wenden, ich kann die vertikale Position natürlich verändern, wobei da jetzt meine Spiegelung natürlich immer richtig mitläuft. und auch die horizontale Position kann ich weiterhin verändern. Genau wie im Übrigen alle anderen Dinge, die vorher auch gingen. Das finde ich auch, ist ein sehr schönes neues Feature. Und dann komme ich jetzt noch mal zum letzten neuen funktionalen Feature. Dazu öffne ich mir noch mal dieses Bild und gehe in den Bearbeiten-Modus über, denn das bezieht sich auf meinen Bereich Lokale Masken. Wenn ich da jetzt eine Textur hinzufüge, dann seht ihr sofort, dass das jetzt aussieht wie zum Beispiel beim Himmel AI, dass ich hier einen großen Button habe. Und wenn ich da draufklicke, dann bekomme ich hier die ganzen kleinen Thumbnails zu sehen mit meinen Texturen, die ich geladen habe. In diesem Dropdown-Menü kann ich mir dann die unterschiedlichen Kategorien anzeigen lassen. Diese hier, die ihr jetzt hier bei mir seht, Blendenflecke und Wunderkerzen, die werden im Übrigen jetzt auch mit dem Update schon mitgeliefert. Ich kann aber natürlich auch eigene Texturen laden. Und zwar wie gewohnt über das Thumbnail mit dem Pluszeichen. So und ich wähle jetzt hier einfach mal eine Textur aus und dann seht ihr, bekomme ich mit dieser Textur zum Beispiel solche Lensflares auf das Bild draufgelegt. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Ihr könnt die Textur nach wie vor frei positionieren, drehen, skalieren, spiegeln und so weiter. In der Opazität verändern und natürlich auch alle anderen Einstellungen weiter hier vornehmen. Ihr könnt auch den Mischmodus ändern und so weiter. Das ist alles beim Gleichen geblieben. Lediglich hier oben. Dieses Feld ist neu, wo ihr die Texturen jetzt als Thumbnail schon seht. Da gibt es im Übrigen noch einen schönen kleinen Nebeneffekt. Die Ebenen der Texturen haben jetzt auch immer den Namen der verwendeten Textur. Das heißt, wenn ich mehrere Ebenen untereinander verwende, heißen die auch alle anders. Und ich finde die entsprechende Textur deutlich schneller wieder. Das finde ich eine tolle Sache und vereinfacht, wie ich finde, die Arbeit mit Texturen ungemein. Ja, das waren die wesentlichen Neuerungen, die mit dem Update 4 in Luminar AI gekommen sind. Natürlich gab es aber auch diesmal wieder ein paar kleinere Performance-Verbesserungen und Bugfixes. Solltet ihr jetzt Gefallen an Luminar AI gefunden haben, dann schaut doch einfach mal auf der Internetseite von Skylum vorbei. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video auch gefallen hat und wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin. Ciao.